Wellington ist ein Hund, der meiner Nachbördin Mrs. Shears gehört hat, die mit uns gefreundet ist. Aber jetzt ist er tot, weil ihn jemand mit einer Missgabe umgebracht hat. Christopher, du musst zusehen, dass du keinen Ärger kriegst. Ich werde herausfinden, wer Wellington umgebracht hat. Ich sehe alles. Die meisten anderen Menschen sind faul. Sie schauen nie richtig hin. Was sie machen, nennt man einen Blickwerf. Auf dem Feld stehen 19 Kühe. 15 davon sind schwarz-weiß und 4 sind braun-weiß. In der Ferne liegt ein Dorf, von dem 31 Häuser und eine Kirche mit einem quadratischen Turm ohne Spitze zu sehen sind. Du siehst etwas mitgenommen aus. Wie heißt er? Christopher Boone. Was machst du hier? Ich musste mich hinsetzen und still sein und nachdenken. Ich werde Mutter besuchen. Wann geht dein Zug? Ich weiß nicht. Sie wohnt in London. Ich weiß nicht, wann ein Zug nach London geht. Ich habe eine Karte für den Geldautomaten. Er hat mir die Nummer gesagt. 3558. Bitte entnehmen Sie Ihre Karte und warten Sie auf Ihr Geld. Geldautomaten. Erlesene Kaffeegenuss. Hunde sind stets an der Leine zu führen. Hunde sind stets an der Leine zu führen. Wenn man nachts in den Himmel schaut, weiß man, dass man Sterne anschaut, die hunderte und tausende Lichtjahre weit weg sind. Und manche Sterne existieren gar nicht mehr, weil ihr Licht bis zu uns so lange gebraucht hat, dass sie längst tot sind. Und da kommt man sich sehr klein vor.